dieser mercedes benz a 180 steht hier zum verkauf die graue limousine hat fünf türen und bietet fünf sitzplätze der kilometerstand des wagens liegt bei weniger als 22.000 kilometern die erstanmeldung war mitte 2014 die limousine bietet zahlreiche ausstattungsdetails wie esp navigationssystem einparkhilfe bluetooth tempomat und vieles mehr unter der haube gibt der sparsame benziner eine leistung von 122 ps an das automatikgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei nur 5,4 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne näher und